Musik 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 Hey, ich bin noch ein bisschen nass dabei, ich weiß auch nicht was. Wenn die Leute so mit der Kamera voll ins Gesicht halten, richtig aufdecken. Ja, kann ich gar nicht auf so. Zum Glück ist sie keine Kamera. William, wo sind wir denn heute? Deutschland. In Deutschland, aber wir sind heute in Dahme. Sag mal Dahme. Heute ist unser erstes Konzert der Woche und wir spielen in Dahme. Und das liegt in Deutschland, hast du recht. Herzlich Willkommen bei der Irish Summer Tour 2019. Ja, es macht alles Riesenspaß, weil wir nur mit tollen Leuten unterwegs sind. Zum Beispiel den Loshi, den haben wir jetzt neu dabei heute. Der kümmert sich darum, dass die Lampen ganz toll hier ausgerichtet werden, damit man auch schön was sehen kann. Ist zwar eine 18 Uhr Show, eigentlich ist es hell genug, aber wir haben trotzdem mal ein paar Lampen auch gehabt. Besser ist das, ne? Arne Mitbe зам 9 cult years fluent auf erwarten zu gewinnern. Das eine 18 Uhr Show, Mormontから Specht hat. Und das eine 19 ooh in恭喜 einem Professor foods, das war eins mit 2 September rounded auf. Das ist eine 19.00 oder 19.00 oder 19.00 Uhr. Diese Ich, wie einrier unseres Konzerts per derivatives. Also immer noch Musik Musik Guten Morgen. Es gibt ein sehr leckeres Frühstück. Ich habe einen frischen Saft gemacht. Und das werde ich jetzt essen. Musik 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 Das ist ein Anfänger. Guckt euch das nicht an. Musik Musik Meine Damen und Herren. Sagen? Das Res manifestation. Pfanda is sick. Pfanda. 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 Musik 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 Ja, genau, cool. Alright guys, everybody ready? Let's do it. Let's have some fun guys. Let's kick some ass. Yeah. Three, two, one. Irish Summer! On my side On my Hollywood's way Where are you? Danny. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Horrible Friday Wir sind heute in Magdeburg. Untertitelung. BR 2018 Wow, das war einfach. Untertitelung. BR 2018 Du lieber Moralix Bist du sicher, dass ich noch weiterhelfen soll? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Heute sind wir hier in Magdeburg. Magdeburg ist natürlich eine tolle Stadt. Wir haben heute so einen Ansturm, dass wir sogar noch ein bisschen warten müssen mit dem Showstart, weil so viele Leute kommen wollen und sich die Knallershow angucken wollen. Und ich freue mich auch schon richtig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020